Musik 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 Habe ich noch Erde dabei? Ja. Das ist später nochmal raus. Bist du ein Mensch? Nee, weißt du? Hm. Ich merke aber keine Menschen. Menschen sind so... Menschlich? Wo heißt das? Ich würde ein Inventar sortieren. Ein Inventar ist voll, mein Gott. Hm. Und da wird zwei Fenster. Mache ich... Koppel... Koppel und hier hin. Wer von Sachen kommen... Ey! Wer von Sachen kommen da hin. So. Na, wo kommt da hin? Ach, hier die vergrüßt. Bing! Vielleicht sollten wir ein Geländer hinziehen, aber nee. Aber doch, eben, nee, nee. Wenn wir hier das Geländer nachziehen, dann kann ich ja gar nicht in meine Kiste. Das ist ja jetzt blöd. Äh, das ist ja jetzt blöd! Wollen wir jetzt mal hier die Kaulab? Die Le Cop Le? Ich bin kein Franzose. Ich bin kein Franzose. Die machen wir eigentlich noch mal aus... Ach nee, hab ich noch... Ich dachte, jetzt kommt eine Frage über Latein. Die hätte ich mit Bravur nicht beantworten können. So dunkel. Aus welchem Land kommt Latein? Hm... Aus Latein, ja? Nein. Ähm... Latein... Ist... Früher die... Sag ich mal, die... ...Steller. Das ist einfach nicht... Einfach sagen, aus welchem Land das kommt. So schlafen alle ein. Italien. Italien. Ich dachte immer Griechenland. Warum? Das würde zu Griechenland passen. Griechenland hätten... Wir haben ja auch Latein gesprochen, aber... Jetzt... Das sieht uns jetzt nicht. Das ist alt. Bist du ehrlich? Wann hat ein Teenage versprochen? Mach ich glaube. Die Griechen waren eben griechisch. Ende passt da. So. Hm, Griechen. Also ich mach von den Griechen gerne Tzatziki. Hä? Warte, ich muss jetzt was machen. Jeder kriegt jetzt sein... Opfer. Wuhu. Ähm. Muss es kraften. Na, dann muss die Decke auch so tief sein. Oh man, ich hab schlug auf. Mhm. Das, was mir jetzt irgendwie gar nicht in den Kram. Guck mal. Aaaaah. Ich schüß. Wolle, wolle. Ich kann das nicht, Honeyball kann das am besten. Wolle, wolle. Honeyball, von Niboh. sie verwechseln sie immer mit Colt Noura welche wie lol so Wolle, Wolle du wirst nicht Wolle, es gibt nicht Wolle wir brauchen auch Wolle ich meine das war nicht so wie du es denkst ich meine das so, ich geh doch nicht Wolle in your face das sagt man nicht was in your face? ja brauchst du Holz? ja, aber ich baue jetzt gerade mal, ich baue mal schnell was ich mag dir mal ein bisschen Holz da in die Kiste ok ich baue hier mal eine Fackel hin peace mind so, das müsste an Holz reichen guck mal dirleideideideideideideideide was ist das? das ist dein Raum nicht dein Raum, also nicht mein Raum ja, aber den Raum, den du gebaut hast ja, warte Kannst du mir helfen, das hier... diese ganze Wand hier wegzureißen? Ich hab ein bisschen gerissen. Oh, nett. Voll. Hm? Voll nett bist du heute. Hm. Der Spielzeug ist auch gleich Schrott wieder. Guck mal, was ich gekraftet habe. Und das erste Mal, seitdem ich mal gekraft habe. Mein Gefallen war eigentlich seit ein paar Monaten. Das hab ich einfach gekraftet, sonst schiedet ich mir meist alles immer. Ah. Meine Spitzsack ist schon heute, oh mein Gott. Ich muss die nicht so benutzen. Die ganze Wand muss weg. Deine Kiff ist gerade voll mit Holz. Voll. Voll, ganz voll. Guck doch. Man braucht erst nicht gleich das ganze hier mit raus, oder? Ja, ich baue grad was ab. Toll. Kann man auch übereinander stapeln. Nein, in meiner Welt nicht. Lass's mal jetzt einfach ab. Ich gehe still. Ja, keine Ahnung. Ich gehe jetzt Kohle. Ich gehe jetzt Kohl. Ich geh jetzt Kohl. Ich gehe. Ja, ich geh Kohle. stesskoll wird eingeschlafen hat er hat nachts geguckt und eingepennt wenn man ja so will das schon haben ich nicht also wir brauchen das war mir noch fürs hausgaben wollen unendlich hier im badezimmer jeder seine schlafzimmer aber auch mehr auf die mien gehen dann wollen wir noch in den nether gehen oder wie auch wieder auch die nennen du wir haben ein problem rohrbruch auf unserem auf und über unseren dach ist es wasser durch regnen oder wie kommt das resten ich habe gerade spinne gehört ja ich auch die sind über uns alle das problem ist ich habe eben ein loch gemacht wo wasser durch kam das noch gemacht oder gebaut weil gemacht klingt gerade irgendwie falsch nein ich hab da was abgebaut und da über war wasser und dann ist das wasser runtergekommen und dann hab ich gesagt rohrbruch ich habe Angst dass du nehmen wenn gleich eine spinne auftaucht ich hasse die spinnen die sehen in manchen textrepecs sehen irgendwie scheiße aus wie er nicht bei immer bei mir ich habe mich sehr viel geändert ich bin auch noch gekommen ist gemacht ich versuche hier das 6 und bei mir bald nachts machen wurde die letzte überlebenssimulator so folge 20 bis 30 und länger war ich will die sich für diese young cats gar ist aber ich krieg die nicht hin ich muss auch was ich will auch noch viel ändern ich habe ich habe gerade ausgemischt aus marbel halloween und royal ich möchte auch noch aus den milka fängt noch was rauszunehmen willst du mir jetzt endlich mal das hier abzukriegen ich habe ein zombie gehört ich bin alle von nicht draußen ist von mir aber du lebst noch du bewegst dich noch ja ich bewege mich noch ich muss nur kurz und schnell was überlegen nachher schon dein pc war abgestürzt auch ganze aufnahme weg wir müssen doch irgendwann mal wieder aufnahme stoppen ja wie viele minuten hast du denn schon zusammen also ich glaube schon über eine stunde lange schon das kommt mir gar nicht so vor ja wir werden sie jetzt einfach mal dann können wir gleich noch mal so angucken, episch was angucken wenn wir dann mal die wackeln aufstellen das wird mir zu tun gell ja ich will noch was episch in die hand nehmen warte alles in die kiste machen das ist voll sinnvoll willkommen bei den steinabbaus ähm weltmeisterschaften hier ähm der erste kandidat hat es mit zwei sekunden ein block abgeschlagen und der nächste versucht es mit einem mit einem mit einem schönen hier steinschmerz ich oh mein gott er hat das den klatsch abgebaut oh mein gott alle jubeln wow wow fix things life gewollt tschüss leute Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.